Schönen guten Tag auch da sind wir wieder von Asi Let's Play wir spielen wieder Left 4 Dead 2 ähm Versus Modus ähm natürlich wieder bloß infiziert ne was für Zufall was für ein zufälliger Zufall Versuch jetzt mal wenn die da lang kommen einfach mal einen wegzuprischen komplett nach hinten durch Achso und ich bin auch wieder dabei Gigasama ja und Dario wieder ohne Queckshop das Spiel um nur Löl gegen Bots 4 in sein Team, 5 in anderen Team so in etwa so das sind die besten also hab einen ich komm und kotze die anderen voll verdammt das hat nicht mehr so gereicht aber irgendwie konnte ich voll kotzen klasse kommt er gar nicht dann zu wie es ruhig durch drei Punkte ja ich hab denn sie holt yes ich hab nur 10 Punkte ich hab 16 naja das wollen wir mal gucken was auf der geht bestimmt gleich raus das er war drei Leute weggefickt 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 das Spiel macht zu viel Spaß das ist unglaublich da das ist nur gerade auch da da war es ein bisschen auf den Boden du eckli putzau passiert mein gut 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 jetzt geht's denn es ist ein plus noch drei verdammte bots awesome ich bin smoker ich treffe ich den kein jetzt so und die kürzer macht den wir fertig ich hab den schon dreimal angesprochen oh kommt er nicht mehr zurück sie haben wir zurück der kommt nicht mehr zurück nicht mehr und hinten da hatten die Klinik zurück oder denn es abstaubt würde ich zurückgekommen und jetzt hätte ich so ab und na gut nachdem ich ihn viermal angesprochen hat oder mein Standort auch mal raus wenn er nein ich hab sie nicht gegriffen oh fuck perfekt aber scheiße mein Zinkchen wurde zerstört jetzt kommen die uns zum Mist ab ab scheiß so mies aber so da lang wo Nick hinguckt wir müssen so lang sind zu viele darf ich dich mal stopsen um alle vier ne ein Bild von gut ich glaube das ist es ich kann mich auch nicht auf ja das war's das war's ich bin Splitter hat doch was ist das nicht das ist doch was das ist ein bisschen Splitter Spocker ja nirgendwo in der Schmaukau bis zur Schmaukau Schmaukau der Schmaukau Markkollinger ich bin 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 ich alle vier weh mal auch meine Fresse da 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 Kampu Papi ich hab ein Warhack ich kann durch Wände gucken als Familie auch nur wenn die Gegner sich bewegen ja das ist ganz komisch ich glaube das ist ein Bug oder ein Feature oder so das ist ein Billig Warhack aber das ist praktisch wenn ich ein Boomer bin mal kommen die jetzt langsam schaffen die auch mal diesen kleinen Abschnitt zu laufen ja die ich denke mal die verorten sich jetzt erstmal allesamt und damit sie da durchgehen weil wenn sie hier durchgehen kommen Haufen Zombies ich bin Boomer die sind hier fickt ich bin ich hässlich ja ja töten mit 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 aber ihn könnte ich ein angreifen dass da kommen wir so viele zu müssen mein gott jetzt mal ist das maus verschwört was dort erzählen wir uns haben nicht zehn milliarden für mich haben auch ein joh, ich geh schon auf den punkten du hast noch der schwarze lebt du kannst die die auf dem Boden liegt ich geh noch punkte heute abend kriegst du albträume mein mäuschen vom dicken schwarzen mann oh mein gott was ist mit freps los oh mein gott ich glaub das spiel ist nicht mehr stabil oh freps funktioniert wieder was ein wunderser ganz komisch hier zufälliger 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 ach so da ist die falsche tür dennis hallo hallo ich bin jockey du schlampe ich will dich hauen auf den arsch auf den nackigen arsch wenn ihr wüsstet dass ich euch beobachte guck mal die sind hinaus nur auf die stehen vor der falschen tür ja hier liegen ja auch Sachen Okom die rocken wir jetzt wieder die die Zombies haben einen hahahahahahahahahahahah haahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahaha den Knick an alter ist schon fast tot Jungen, die anderen, uuuh, oh, da steht auch noch ein Scheißvieh, steht da noch ein Wehe. Ja, die anderen drei habe ich ja mit Säure bespuckt. Na ja, 50 Damage, immerhin. Das muss ich hier runter. Oh, ich habe es Spucker. Das ist der Gott. Ich rotzte einfach rein, ich bleibe davor stehen und rotzte einfach rein. Ich habe einen Schmocker. Das will kommen nieder. Ich werde einfach schräg rein spucken. Das wird, denke ich, immer das beste Sinn. Sehen sie mich auch nicht. Sicherer Tod, aber es blinkt schön. Wie viele Punkte habe ich jetzt? Ja, 26 Punkte bloß, Alter. Habe ich da sechs Punkte dazu gelöst bekommen? Soll ich behindert oder so im Kopf? Meine Fresse. Ich lade nach, ich habe zwar keine Munition. Ey, schubst du den Zombie nicht, du dummer Assi? Der schmiert sich jeden Tag mit Eddinger ein. Mit Eddinger. Mit Eddinger. Den hole ich mir da hinten. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, scheiß Ortbank. Ich bin ja nicht. Hab dich. Hab euch alle beide. Guck mal, ich verbrüge den einen mit den anderen. Ich seh's von hier oben. Jetzt noch Feuer und Flamme. Geile Sache, du. Sorry Dennis, den musste ich nicht klauen. Ah, jetzt haben sie dich. Verdammt. Nee, kein Problem, sah geil aus. War auch richtig geil gemacht. Jetzt stehen die da unten alle in den Flammen. Und wenn die nachreden mit Demi sind die eigentlich? Oh, ja, aber ich meinte, ich hab schon einbeziehen können, dass der Pumor läuft dann lang. Töte mich. Kuschle mit mir. Oh, nee, herrlich. Klopf, 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 klopf. Oh ja, Lippenbewegung. Oh ja, oh ja. What the fuck? Das ist auch jetzt. Ich bin ein Spitter. Ich glaube, wir mal ein paar Punkte ab, ne? Eglisch. Was der Döcki so lange braucht, wenn der einen angesprungen hat, bis der wieder anspringen kann. Oh, das ist eklig, ja. Der eine konnte ich runterwerfen auf den Boden. Oh, die andere. Also, Frau Bauer, der am Leben war. Der Hunter. Ich schaff das einfach nicht. Ich bin nur das Kind, Alter. Oh Gott, was ein Hunter, Alter. aber ich finde es bitter jüter ja heute machen wir jetzt die hebe ich nie so gut das war's ich lache es nur noch nein scheiße alle zwei sind schon tot ich messe die da in der trottel der klettert da hoch bist du das ja alles das verhauen wir die mit schweiß denkt leider nicht bekommen wie auch er so wurde weil ich das was er für heute die europäische die dritte die dritte die dritte